Teil 35 Mind the Gap, Dienstag, 19.45 Uhr Der Kerl war auch ausgestiegen. Das ungute Gefühl hatte ihn also nicht getrogen. Burns blieb demonstrativ am Bahnsteig stehen. Der Junge ließ sich vom Strom der aussteigenden Leute mitreißen und verschwand Richtung Rolltreppe. Burns hoffte, dass eine Bahn käme, bevor der pubertäre Schnösel zurückkam. Der Bahnsteig füllte sich schon wieder. Er checkte die Jugendlichen unter den Wartenden genau. Punks und ein paar Rapper. Ein Zug fuhr ein. Mind the Gap between the Train and the Platform tönte es aus den Lautsprechern. Keiner der Jugendlichen stieg in sein Abteil. Burns setzte sich zufrieden hin. Kurz bevor die Türen schlossen, hechtete ein Junge ins Abteil. Atemlos schaute er sich um. Sein Blick blieb nur kurz am rosa Hemd kleben. Burns hätte sich ohrfeigen können. Die Schiebermütze hatte seine auffällige Haarmähne vorhin verdeckt. Deshalb hatte er das Bürschchen nicht erkannt. Jetzt wusste er, wer sich an seine Fersen geheftet hatte. Der Cousin der Cousine von Carlo Gerber. Seine Wut auf Reading entflammte von Neuem. Wegen des unfähigen Idioten hatte er einen pickligen Möchtegern-Detektiv am Hals. Es würde allerdings nicht schwer sein, den Jungen abzuhängen. Und vorher würde er ihm mit Wonne eine Lektion erteilen. In Brixton kannte er genug liebenswürdige Leute, die ihm für ein paar Scheinchen gerne dabei halfen. Paddock Grill Dienstag, 20.40 Uhr Reading bestellte sich noch ein Bier. Die letzte Woche war scheußlich gewesen. Es lief alles nicht so gut wie sonst. Der neue Mitarbeiter Tim Burns war eine Katastrophe. Die Stimmung unter den Kollegen war unruhiger und viel gereizter, seitdem der Kerl mitmischte. So einen Hau-drauf-Typ konnten sie nicht gebrauchen. Readings Tarnung war sorgfältig aufgebaut, und er wollte sie sich nicht durch irgendwelche unüberlegten Aktionen kaputt machen lassen. Drogen an Kids verschenken? Mein Gott, was für ein dämlicher Vorschlag! Das Syndikat lieferte den Stoff en gros. Es mischte sich unter keinen Umständen unter die Kleinverteiler. Der Vertrieb war optimal organisiert. Es kam ihnen niemand auf die Schliche. Oberstes Gebot war, sich die Drogenfahndung vom Hals zu halten. Burns hatte nicht die geringste Ahnung, wie das hier in London ablief. Reading tupfte sich den Schweiß mit einem Leinentuch von der Stirn. Die Sache mit der kleinen Gerber hatte Burns auch nicht auf die Reihe gekriegt. Chrissy Gerber und Raymond Shield Seit er die Bilder von den Teenagern im Labor entwickelt hatte, war Reading durcheinander. Er hatte seinen Leuten erzählt, dass er die Farbaura der Jugendlichen, die auf den Fotos prächtig zu sehen war, mittels Retusche in einem Bildbearbeitungsprogramm erzeugt hätte. Aber das war gelogen. Er war auf echte Indigo-Kinder gestoßen. Beide besaßen eine unglaubliche Ausstrahlung. Die Lichtthematik beschäftigte ihn schon länger. Und jetzt war es ihm gelungen, zwei Indigo-Auren im Bild festzuhalten. Er hatte gelesen, dass auch Barack Obama ein Indigo-Kind war und gleich die Worte aus dem Aura Soma nachgeschlagen. Inzwischen konnte er sie auswendig. Indigos sind Menschen, denen man urmütterliche Verbundenheit nachsagen kann. Sie tragen tief in sich innen die Antworten auf die Frage, warum sie hier sind, und können dies auch anderen Menschen vermitteln. Reading würde gerne aus dem Syndikat aussteigen. Zum Leben verdiente er mit seiner Esoterikmasche inzwischen mehr als genug. Aber ihm war klar, dass es unsinnig war, mit solchen Gedanken zu spielen. Die Bosse würden ihn nur in einem billigen Sark vorzeitig entlassen. Er wusste viel zu viel. Nein, er würde nachher folgsam die Kugel übergeben und seinen Plan für den Überfall am morgigen Tag erläutern. Der MI6 rückte den Quantenrechner endlich raus. Doch das gute Stück würde nie am Ziel ankommen. Reading trank sein Stoutbier in einem Zug aus. Er schnippte mit den Fingern, und Bob, sein Buchmacher, nahm die Pfundnoten, die er ihm entgegenstreckte, lächelnd in Empfang. Arthur zog es vor, kurz vor Annahmeschluss zu setzen. Im ersten Rennen wettete er auf Flying Wanda. Er hatte eine gute Nase beim Windhundrennen. Ab dem fünften Rennen, vielleicht auch später, würde der Boss auftauchen. In dessen Gegenwart wollte er sich nicht von Greyhounds ablenken lassen. Die Hunde waren in den Startboxen. Draußen auf der Tribüne ging das Licht aus, und im Restaurant wurde das Licht gedimmt. Nur die Rennbahn war in grelles Scheinwerferlicht getaucht. Einen Augenblick herrschte angespannte Stille. Alle starrten zu den Hundeboxen. Die Klingel ertönte. Auf der Schiene tauchte ein Stoffhase auf, der auf Rollen dahin raste. Die Fallgitter der Käfige schnellten nach oben. Die Hunde hetzten heraus und verfolgten den Hasen in einem irrsinnigen Tempo. Sie schienen über die Bahn zu fliegen. Reading sprang vom Stuhl auf und brüllte, Flying Wanda! Come on! Go! 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 Und schon war das Rennen vorbei. Reading strahlte. Ha! Er hatte den richtigen Riecher gehabt. Er setzte sich. Seine Anspannung war vollkommen weg. Er genoss Hunderennen. Alle hatten gespannt das Rennen verfolgt. Niemand sah das kleine, grün schimmernde Insekt. Es flatterte unter Reading's Tisch, landete auf der Tasche, knackte geschickt das Zahlenschloss und krabbelte ins Innere des stickigen Aktenkoffers. Es hatte Zeit bis zum nächsten Rennen. Das war Teil 35 von Scromax London. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de www.settoroden.com